Und damit willkommen zurück zu Hollow Knight. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wo uns als nächstes uns der Weg hinführt. Ich werde definitiv hier nach da oben gehen. So kristallspitze, ich weiß nur gerade nicht, wie ich da hinkomme. Warte mal. Wie komme ich da hinten am besten? Ähm... War das auch noch ein Weg? Wo komme ich denn da hin? Pilzöde. Ich glaube, da war der Weg blockiert bei der Pilzöde, oder? Da ist das, da ist das. Da unten kam ich auch noch nicht lang. Da ist auch noch was. Können natürlich auch Sinn ergeben, wenn ich da hochkomme. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich da hochkomme. Mh... Vergessene Wegekreuzung. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dann gehe ich mal auf Vergessene Wegekreuzung. Oder einfach nur zur Wegkreuzung. Weil der eine Boss, der kotzt mich ja jetzt echt schon so derbe an. Trotz ausruhen. Und ich muss mir noch die ganzen anderen Dinger da holen. Ich weiß, ich muss runter und links. Ach, ich kann gar nicht runter, ne? Verdammt, wie komme ich denn da lang? Muss ich da links lang? Na, verdammt, war ich dumm. Schnell hier weg. Was ist denn mit dem passiert? Okay. Danke. Da komme ich auch nicht lang. Das ist ja... Wie komme ich da jetzt lang? Da oben ist was. Und alles, ja? Da... Drüber ist was. Da oben ist irgendwas. Und das habe ich gesehen. Oder gehört. Wie komme ich da hoch? Da oben ist was. Definitiv. Aber sowas von hundertprozentig. Das könnt ihr aber so sicher sein, wie das Abend in der Kirche. Ah, da ist auch was. Oh mein Gott, ne. Das ist ein Boss. Oh mein Gott. Was mache ich hier gerade? Okay. Hier lang. Oh mein Gott. Oh, vaya, oh, vaya, oh, vaya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Okay, das ist dieser. Das ist der Boss, den wollte ich jetzt eigentlich nicht bekämpfen. Ah, da ist noch ein Schlag über. Aber wie komme ich denn da lang? Hm. Ich gucke nochmal, ob das nicht noch ein anderer Boss ist. Das kann doch nicht sein, oder? Nee, da geht hier wirklich noch runter. Die machen wir ja auch jetzt nicht wirklich den Weg nach da auf, oder? Nee. Ja, und jetzt? Ich gucke mal nicht, dass ich da lang gehe, oder? Oh, verdammt. Wow. Nein, 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 nein. Ach, komm. Das ist der Boss, okay. Aber gegen den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht kämpfen. Aber da muss doch irgendwas sein. Wie komme ich denn da hin? Danke. Und weg. Und weg. So, wir gucken. Dann muss ich halt hier oben lang. Äh, weg. Da geht's zur Kristallspitze. Da könnte ich jetzt lang gehen. Ah, Kristallspitze oder da unten lang? Was ist da unten links nochmal? Hm. Ich gehe zur Kristallspitze. Vielleicht finde ich hier irgendwas Interessantes. Genau. Und da kann ich dann... So. Gehe ich einfach hier lang. Ich muss nach oben. So. Da rechts lang. Nee, ich gehe nach oben. Schön nach oben, ja. Aber es ist verdammt laut hier, ne? So, jetzt kann man hier links lang. Da kann ich auch nirgendswo weiter. Wow. Okay. Kurz Energie auftanken. Hier geht's zurück zur Hauptstadt. Und hier haben wir dann gleich die Bank. Dann will ich mich auch auf die Bank setzen. Die Bank, die ich mir hart erkämpft habe. Halt, da geht's ja auch noch hoch, ne? Genau, ha. Hier war noch ein Weg. Den habe ich jetzt mal erst entdeckt. Genau. Oh, nein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Der ist jetzt angry. Da oben ist definitiv noch irgendwas. Und das will ich haben. Ich hoffe jetzt nur, dass ich meinen Schämen noch bekomme. Oh, nein. Oh, nein. Ach, komm. Nein. 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 Ach, ernsthaft. Da brauche ich, glaube ich, was anderes, um den zu besiegen. Danke. So, da brauche ich nicht den Kompass. Da brauche ich nicht den Geo-Schwarm. Da brauche ich auch nicht den Laufmeister. Das Larvenlied kann ich noch gebrauchen, gegebenenfalls. Was ist das? Wappen des Verteidigers. Heldenhaften Duft verströmen. Okay. Ah, das könnte ich gegebenenfalls noch gebrauchen. Genau, das Traumschild nehme ich da mal. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Damit habe ich ihn damals auch besiegt. So, komm her. Oh. Wow. Wow, okay, gut. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Nein. Voll durch mich durchgebasht. Oh, Mann, ey. Ich kotze. Ich kotze so richtig mal wieder. Echt hart. Na, komm her. Oh, shit. Einfach ausweichen. Ach, leck mich doch. Oh, das ist echt ein Witz. Oh. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Drohaut rein. Tschö, tschö. Läu Å. Tschö. Bis zum nächsten Mal.